Achso, ich sage euch, das sind vier Kisten, das aufwärmen ist erledigt, leg mir endlich los! Dann lande ich doch auch dort und nimm mehr Waffen. Aber dann hätten wir sie gehabt. Ja, das ist doch extrem untermissen. Ja. Aber was hat ihr jetzt im Endeffekt gedacht? Gar nix. Genau. Und dann sage ich, wiederhole die Szene und denke, was hat ihr jetzt gemacht? Was hat das denn nicht gemacht? Jetzt haben wir das denn nichts gemacht. Das ist falsch. Ja. Weil das sind so ein Waffenbewusst, werden wir beide wie unten gestanden. Achtung, das Gas breitet sich aus. Zur Sicherheitszone gehen. Ich glaube, ich spiele viel zu defensiv. Ja. Bei jedem zwei. Ja. Ja. Jetzt müssen wir ganz nur am Ende spielen. So wie sie in der Garage. Da kannst du nicht spielen. Oder wenn sie auf uns zukauen müssen oder so. Da kann man das nicht spielen. Ja. Ja. Da haben wir gehofft ein Schiefzeug. Da ist doch eine Zone leer. Da liegen vier Kisten. Wie ist das denn? Boah. Angriffsfreigabe für alle Ziele. Das Missionsziel lautet, das Kopfgeldziel auszuschalten. Nimm das! Bei dem war z.B. zwei bei dem Gegner, dass ich den ersten mit der Distanzwaffe kümmern musste und der genau vor mir rauskam. Ich habe ihn zwar noch geschüttet, aber trotzdem, er hat mich mit einem B5 gekillt. Ja klar, logisch, dass er mich holt. Ja. Das ist so gemäß. Nein, ist wieder ein Herzen gefunden? Ich fahre uns an der Luftfahrt. Der Feind nähert sich! Okay. Was? Auf dem Händlerdruck schaust du das, was ich jetzt holt, aber... Ich bin auf dem der Luft holen. Nein. So. Ich hole einen Loadout gleich. Da gibt's... Ah, okay. Hast du dich. Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs! Ich weiß aber nicht von wo. Aber z.B. Jetzt ganz ehrlich, du legst dich hin und wirst aber von hinten gesnappt. Von wo sollen die kommen? Vom Berge irgendwo hinten. Warte mal. Das heißt von dort drüben irgendwo? Wir machen von hier weiter. Ja, von dort glaube ich. Einfach den Abzug drücken, wie ihr wisst. Ich find schon Action. Das ist noch Kohle. Ich find das mal vorliegen. Das ist gar, es kommt! Wir sind doch am Herz herz schon. Dovon er rennt da? Na los, komm schon weiter! Gott lass mich jetzt nicht verrecken! wir machen von hier weiter runter wir machen von hier weiter kann man nicht sagen war gut gemacht richtiger kohler zu fallen weil ich wollte daran bin ich nicht reingelaufen wahrscheinlich hätte ich dann noch besser sagen müssen wo man das passt jetzt der zweite muss ich nicht wo ist dadurch mit schweren solche probiert zu markieren aber da war dann eh hinterm raub so lange du ihn hast und du nicht stirbst ach so du bist schon weiter da hinten beim berg also richter gebäude das ist jetzt so weit weg aber gut aber sie sehen wir haben ein paar das selbst wieder geblieben gehabt natürlich auch pech jetzt in dem fall aber ich hab gehört das selbst wieder geblieben und hab dann eigentlich gepusht weil es nur eine kugel ja das ist ein panzerpast ja ich weiß nicht ja ich weiß nicht hast du da gelandet? hab ich doch richtig gehört und wo oder hast du ihn? sag den sprecher nicht dass da einer landet ja ich hab die sprache vielleicht habe ich die sprache komplett gestummt das kann sein dass das passiert ist nein okay mein meiner sagt ja immer fahrende in die ja von mir oh boah warte mal geradeaus von dem flugzeug aber was das gefällt hat der herz hier dein teammitglied wurde in den gulag geschickt und kämpft um eine chance wieder eingesetzt zu werden ja 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 teammitglied kehrt ins einsatzgebiet zurück wo gefangen ist? ich hab ihn aufgelöschen mach was du meinst? du nimmst das hier dieses zwischendurch am herz hier schauen das kann mich in so engen Gebieten fahren bleiben du nimmst das hier wo ist dein loot? ich hab gar keine chance auf uns mal regeguckt da doch nicht schaust du nimmst das hier ja das war lost nein ist nicht lost das ist das tipp schau zwischendurch einfach auf zwischen herz hier können du nimmst das hier du nimmst das hier du nimmst ja extra keinen mit hast du mein mhm ja ich sag mal wenn da hinten ist ein Schoppy Schoppy auf verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs ich sag mir das selber mal mhm ich find schon extra das Gas kommt näher neue Sicherheitszone wird markiert verbündete Drohne ist in der Luft Radarsuche wird gestartet weiter so Drohne kauft kürzer ziel Jörg mit kürzer 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 Was? Warte ich mal mit. Wenn du irgendwo dazwischen schaut, dann wäre der Punkt irgendwo mal aufgelöstet. Mhm, stimmt. Dann, aha, Gefahr. Kann auch sein, dass uns einer holt, der hat Geist, ja? Aber bei dem Boosting hat er keinen Geist, weil er hat nicht mal eine eigene Waffe gehabt. Zwei Kisten. Ich glaub, die anderen holen ihn grad gelodert. Kann ich? Okay, geht. Die Zone kommt auch bald. Ja. Guck mal. Das Gas kommt! Ich weiß nur, ob ich auf der Feuerwache wem sehe, aber es dürfte dabei gut sein. Ich würde gerne mal bis zur Feuerwache mal rennen. Und dann mit dem LKW weiterfahren. Das ist ganz anders. Achtung! Du wirst von einem feindlichen Team verfolgt! Wann nicht angeschossen werden? Oder angeschossen? Weiter! Dann schaust du, dass du gegen die Schütze halt fährst. Ja, Richtung TV Station. Ja. Oder wohin? Ja. Irgendwas auch aufhört. Irgendwas auch aufhört. Irgendwas auch aufhört. Wir machen von hier weiter. Bitte? Irgendwo mit ich halt schon eher. Wir machen von hier weiter. Was ich eigentlich auch so wäre, ich weiß nicht, dass du so fährst, dass du nicht mehr wirst. Aber es sind ein paar Pässe, was ich sehe. Große Häuser, Breite und Fern, aber da haben wir die Hauptstraße hingefahren. Ich würde im Prinzip einfach sagen. Soll ich den fest? Ich bin schon recht. Das ist kein Merkler. Das ist ein Gericht. Und wo? Genau neben mir. Jetzt zieht es an dir! Hol uns den Sieg! Ach Gott. Jetzt mal das Bächeln, ich verbrüche auch nach hinten. Hast du sie jetzt echt wieder beleben lassen? Ich hab noch Lust da. Feindliche Drohne über uns! Ich hab's nicht ab an! Hol mich vielleicht schnell, mit toten Stille. Wir werden raus und drohen mich. So. Feindliche Drohne über uns! Ach, das war's. Ich hab' mir gedacht, da bin ich schneller, als wenn ich nachlaute. Wenn du hier gewinnst, geht's zurück an die Front. Verlierst du, ist dein Kampf vorbei. Schalte sie aus und dann nimm das Ziel ein. Du kehrst an die Front zurück, das hast du dir verdient. Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt! Geht's hin? Oder du holst mich gleich. Diese zwei Möglichkeiten hattest du. Aber verstecken war wieder die ganz falsche Wahl. Ja. Aber wie? Kannst du mich nicht holen? Mich soll ich dich holen? Ja. Ja, es war Schlussverkauf. Krass, das Wiederbelegung. Aber jetzt nicht mehr, oder? Ja, jetzt ist kein Schlussverkauf mehr. Du hab' ich gesagt. Und wenn du dich noch schnell an den toten Stille rausbewegst. Ja. Aber du hattest gleich, wie ich gestorben bin. Entweder gleich zum Shop gehen können, oder die kuschen. Die sind zwar wie im Fettplatz gegeben. Ich hab' dich mit der Fallschreie geführt. Und du hast dich im Haus versteckt. Und noch genau im selben, wo sie sind. Mann, du konntest... Mann, das ist ja noch. Bitte? Mann, mach' ich schon. Dort werden sie eh nicht mehr sein. Nehm' ich an. Feindliche Drohne über uns! Wenn, dann hol' ich mich halt jetzt. Das Gas nähert sich dir! Das Gas nähert sich dir! Hamster oder Maas gesucht auch hier einige. Ich nehm' nur meine Sachen geschwind. Und dann... Naja. Wenn du winchst, darfst du nicht, dass du musst. Jaja. Jaja. Und da hattest du ja LKW. Es reicht, wenn sie fahren. Und wo ist's meist gesucht dann? Ich würde das nehmen. Okay. Okay. Und da ist auch eins, aber das ist in deinem Haus. Und da können noch irgendwas sein. Okay. Du musst doch den LKW in sich... Leiter! Okay, dann das nicht im Haus. Das ist das Linke jetzt. Er ist in allem im Haus. Kann man das... Die Fahne steht eher lang, also... Da möchte ich jetzt besser essen. Ja, du musst dich schwer durchschraben. Okay. Ich meine, ich will meinen Mund auch noch haben. Ja. Feindliche Drohne über uns! Die Meisten, ihr Sohn, Kennzeichnung akzeptiert! Du bist jetzt sein Ziel! Weiter! Oh! Du fahrst halt ohne Arme. Du kommst wo du hinfährst. Wow! Da langer rechts. Da langer rechts. Da wieder rechts. Soll hast du mehr oben viel an den Platz, dass du die Kurse fährst? Ja. Sie kann aus dem Baus holen, packen. Keine Ahnung. Überheben. Da fahr ich schnell. Man hat sich hier werfen, dann... Keine Ahnung, vielleicht bleibt uns selbst versorgt, bevor ich losfahre. Man kann das jetzt nicht aufstehen können. Ich glaube, das ist jetzt nicht aufstehen. Ich glaube, das ist jetzt nicht aufstehen. Feindliche Drohne über uns! Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Feindliche Drohne... Feindliche Drohne über uns! Sorry, war ich zu langsam anscheinend. Das kann man nur probieren. Wo du zu langsam anscheinend warst und du dich versteckt hast. Versteck ist nie größer. Oh ja. Jetzt weiß ich wieder, wo ich hinfahre. Wo ich nicht kommen sollte. Das Gas nähert sich dir! Na los, komm schon weiter! Das Gas nähert sich dir! Du hast überlebt! Gut gemacht! Du hast ja noch das Haus! Jetzt haben wir los. Du hast ja noch gewonnen, die trainiert. Ja, muss ich aufstehen! Und es geht jetzt aufstehen! Ja ich jetzt! Das Gas neig! Lass da nicht! Das Gas! Kann nicht sein, dass da jetzt Gegner drinnen sind bei mir. Hast du ein bisschen ausgeschenkt, oder was? Ja. Das sehe ich jetzt aber. Soll ich weiterfahren? Naja, nein, ich glaube ein bisschen mehr aus, dass ich wieder am Haus. Weiter! Der ist schon ziemlich kapoliert. Vielleicht wäre es jetzt nicht durch den Fahrzeuger. Das Gas verbreitet sich. Schnell in die neue Sicherheitszone. Okay. Der Saal ist jetzt oben. Ich finde schon, ich. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Ich glaube, das ist ein Lkw jetzt schnittler. Der ist schon fast gut. War das deine Granate? Nein, ich bin geradeaus gelandet. Also hast du im Kick-Golten. Wie? Ich bin geradeaus gelandet. Okay. Soll ich Gas holen? Ah ja, stimmt. Ich habe auch kein Gas mehr gelassen. Aber aufpassen. Das Gas kommt! Ich fahre zu viel in Bewegung runter, was wir da haben, und dann fahre wieder genau auf mich zu. Wie gesagt, bei so Endgame musst du so ein bisschen gesplittet spielen. Und von da oben kommt auf jeden Fall noch mehr. Und da auf dem Berg ist ja. Ich finde schon. Ich habe mich davon gecollertet, das Teil in dem A10-Hauswechsel. Ich habe mir gedacht, vielleicht nicht in allen Häusern. Es sind nur zwei Häuser. Ich finde schon, jetzt noch nicht, vielleicht später. Es sind noch 25 übrig, passt da draußen gut auf. Ich habe ein Cluster, ja. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Ich kann den Cluster hinschmeißen durch. Nein, ohne dich. Okay. Hast du noch mal Munition für mich? Welche Postenstunde? Sie werden mich kennen. Oh ja, warte. Du verschwendest unnötige Munition, Norbert. Was interessiert uns der da hinten? Sturmgewehr kann ich dir ein bisschen was geben. Wir müssen in die Zone warten. Und das dauert alles wieder zu lange. Dann sind wir wieder zu lange. Also kannst du mit ihm oder nicht? Ja. Du verlierst das. Du nimmst das. Du nimmst das. Runter! Feindliche Drohne über uns. Du hast mich getroffen und erschießt uns jetzt. Gewinnen und alles okay. Geh hier. So, dass du einfach in Ruhe leistest. Weißt du mal? Ja. Feinde landen im Einsatzgebiet. Im Endeffekt habe ich jetzt nur noch eine Panzerplatte im Körper. Noch 10. Fast geschafft. Ich hole sie mir. Ich mach sie kalt. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Haben sie gesagt von rechts, von irgendwo? Okay, das bringt mich zu der Zeit. Noch 5. Weiter. Seit wann snap ich? Nee, aber naja. Mit Dominik snapst du ab und so. Mann. Dumm. Einmal habe ich snap mit ihm. Also, ich spüren wir jetzt zu zweit. Verdammt. Mit Dominik snap ich nicht mehr. Hab ich noch. Stark. Gewinnen und überleben. Achtung! Verbündeter Präzisionsluftschlag im Anflug. Feindlich! Nein. Okay, da war der zweite. Irgendwie noch zu. Ja. Der ist noch hinter den Platten. Wie bitte? Der ist noch hinter den Steinplatten. Auf der linken Seite war er. Schnell, so startet es. Ach, dass ich nicht ein Sch greifen wollte... Ich hab vielleicht das Risiko nicht eingehoben sollen, dass ich mir eine Passenkarten hol von dem Fahrer holbe. Da ist er jetzt noch nicht Ne? Aber sonst, das ist nicht so Ja War mal ja gut, der umdreht Aber siehst du was, wie man sich nicht stimmt Hier ist da unten gefeiert Und jetzt haben sie noch immer von oben was gemacht Obwohl es Open Field war, weißt du? Ja, haben sie sich überrascht und konzentriert Das war jetzt ein cooler Abschluss Ja Aber bitte, aber dann